okay spinnen verlangsamen deswegen mal schnell weg mit dem nest weg mit den spinnenestern und nerven der dicke nervt auch so das war der sport hier oben hier kommt gleich garantiert ein neuer das ist mir schon fast ein neuer ist gut krone das sind viele das sind mir war zu viele was zur hölle ich komme da nicht mehr raus ja jetzt hätte ich gerne mal doppelgänger so jetzt hätte ich gerne ein beschwörungskristall weg weg mit dem schamanen weg mit dem essen was ich gebrauchen könnte weg mit dem anderen schamanen da ist jetzt die krone im nirvana gelandet so ja ich sollte mich erst um gegner in der nähe kümmern und dann um beschwörungskristalle wow und ich sollte daran denken dass ich nicht blocken kann solange mein schild geworfen wird so zwei auf einem streich und weg mit dem schamanen toll noch ein leben das heißt ab jetzt vorsichtiger sein äh ok hier klingt das schon mal wieder böse ja ja danke wow jetzt muss ich mich ein bisschen zurückziehen und warten bis ich meine Füspiel wieder aufgeladen hat so ausweichen spinnennetz spinnennest weg machen noch ein spinnennest weg machen verdummelt ich schwöre so noch ein netz 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 weg den dicken weg so verschwörungskristalle weg so nochmal gut und du noch weg so darum gibt es auf jeden fall noch gold zu holen müssen wir auf acht geben wieder nachher hin kommen wahrscheinlich kommen wir jetzt eh wieder stückweise höher so geld finde ich gut verschwörungskristall nicht so einschlüssel wow ox erst mal glaube ich die oxen es werden einfach den schild daneben schmeißen au ich glaube das behalte ich und ich sagte ja ich muss aufpassen was ich mit meinem dash mache ähm so das sieht wertvoll aus gut eigentlich müsste ich erstmal den orkkristall zerstören aber der schamane ist gerade nerviger wir müssen wirklich den beschwörungs stein zerstören wow ouch jetzt habe ich nur noch null leben auf welch kurz vor dem nächsten bin wahlküren so und wieder hat mich ein ork getroffen ja und geht trotzdem drauf so jetzt ist nur noch der dicke ork hier übrig so sehr schön jetzt die anderen steine noch ein schlüssel und der letzte stein was bringt der mir noch ein schlüssel ok schlüssel on mass ja hier hätte ich durchgehen können hier hätt ich Hühnchen gegeben und ich brauche noch mehr schlüssel jo gut geld 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 und essen sage ich nichts dagegen ach herr jemini wow das wollte ich nicht ja genau kommt schön von vorne oh kommt schön sterben so stirb au schon wieder gestorben eine neue chance dieser fehler wird mir nicht wieder unterlaufen ja der wird mir hoffentlich auch nicht wieder unterlaufen so so eingekästet mag ich aber auch nicht sein so weg mit euch äh ja den da locke ich mal weg vor die Türen nicht dass gleich noch einer spawnt so gut noch die beiden weg da muss ich mal gucken oben unten gucken wir mal hier unten lang das hier war schon mal safe dort sind noch mehr schlüssel also holen wir die uns mal ich brauche ja nicht alle Türen öffnen hier spawnt hoffentlich nichts ah hier spawnt aber was und schon wieder ein Orchkristall da muss das sein aber ich habe ihn zum Glück weit genug angeditscht schon mal so wow das hast du verdient noch mehr Quanz und ich habe gerade einen Haufen Schlüssel aus Versehen verhauen egal drei stück habe ich noch das reicht um darauf zu machen und um darauf zu machen so da gibt es nämlich noch mal ein und da gibt es einen beschwörungskristall wow die Jungs sind echt nervig so sie sind aber weg und da kommt schon wieder ein dicker so mit dem Dicken komme ich aber klar einigermaßen nämlich so ok grüne Beschwörungskristalle mit dem komme ich klar so einfach mal durchbäschen jawoll und da ist die Krone wieder weg ich habe Valhalla aktiviert kriege ich die Krone wieder ja dankeschön so die Doppelgänger waren jetzt wahrscheinlich unnötig so aber es ging etwas schneller na doch die Doppelgänger waren unnötig weil ich kriege hier allgemein sehr wenig Flaschen muss ich sagen in dem Level gut hier wieder hoch äh was gibt es hier ach Spinnennester so weg mit den Spinnennestern und zwar schnell so weg mit den Orks weg mit den Orks weg mit den Orkspalten da oben nein da kann ich leider nicht lang werfen so dann rückse die Orks nicht ganz so helle wow ja ich muss wirklich aufpassen wo mein Fadenkreuz ist wenn ich meine Frisbee werfe so so die sind schon mal weg die nicht und ja da wäre der Ort wo ich rüberspringen könnte so und ich muss das wirklich so machen der Beschwerungsstein muss wenn ich genau das Böse wird aus diesem Reich wenn ich nämlich mit den Shit oben habe kann ich komischerweise mit meinem Dash ein bisschen besser zielen so nichts wird sich meiner Rache in den Weg stellen nein nicht mal ihr stinkende Orks so den da kann ich runterschieben ok oh und ich bin jetzt auf 3 Leben hoch sehr schön wenn man bedenkt dass ich gerade eben noch mit ein paar wenigen Leben rumgekrebst bin cool eine Brücke bauen äh auch schön hier kurz den Schatz holen den ich von da unten aus gesehen habe jup eine Flasche habe ich nur noch und ich kriege wahrscheinlich keine mehr hier nur ich kriege nur Essen ja doch hier gibt es noch was aber dafür fehlt mir ein Schlüssel ja dafür fehlen mir recht viele Schlüssel ok da habe ich wahrscheinlich wirklich viel zu viele Schlüssel gerade vorhin verplempert bei der einen Aktion da den hier kann ich noch runterschieben und dann muss ich da oben wahrscheinlich weitermachen genau wo die kleinen Spinnen gerade herkommen äh sterft Spinnen jo das sieht nämlich so aus als ob ich hier oben weitermachen müsste genau vielleicht finde ich da oben ja noch ein paar Schlüssel kommt jetzt eine Mutterspinne das Gebiet hier würde nämlich gerade dazu passen Feinde deckt Spinnenkönigin ich musste es ja heraufbeschwören die scheint aber nicht so taft zu sein wow wie sie tut Fähigkeiten und Disziplin im Kampf sind beispiellos wahlkühre ok das war jetzt mal seit bin ich böse aber das war jetzt etwas lächerlich ich hätte mir von der Spinnenkönigin etwas mehr erwartet die Lichs waren ja garstiger als die gut das heißt hier hoch hier essen verdichten mal wieder das heißt hier